Es war wieder soweit. Es ging wieder nach München, heißt früh aufstehen. Und ja, dieses Mal waren wir mit neun Leuten unterwegs aus dem Fanclub. Und zunächst wusste ich aber noch nicht, was der Tag alles für Überraschungen mit sich bringen würde. Aber das Ganze seht ihr jetzt im Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Der hat alle Spieler vom Bayern gezeichnet. Alle? Alle. Ja, sehr gut. Bis auf die neuen. Das ist besser wie ein Foto. Danke. Schöne, ich wusste noch. Oh, schön. Habe ich dir geschrieben von Jana. Wahnsinn. Und das ist für dich, das ist der Original. Oh, danke, danke. Darf ich ein Foto machen? Ja, klar. Darf ich auf Instagram posten? Ja. Ja, klar. Moment. Ah, vielen Dank. Danke schön. Danke, danke. Du kannst nur einen Autogrammkarten. Danke. Schönen Buch. Von Bucci. Von Bucci. Wahnsinn. Danke dir. Ja, und nachdem Giovanni dann meine Zeichnung entgegengenommen hat und den anderen Fans, die dort waren, Autogramme gegeben hat, ist mein Vater dann noch zu den Mitarbeitern gegangen und hat ihnen meine restlichen Zeichnungen gezeigt, weil zuvor wurde ja auch darüber geredet und die waren dann halt so begeistert, dass sie dann halt noch ein Bild mit mir und Spani machen wollten. Und mein Vater durfte halt auch mit drauf. Und das Ganze sollte dann für die Homepage werden. Ähm, ja und das Ganze seht ihr halt hier jetzt im Video. Also heute habe ich auch nicht die Möglichkeit, um mein Handy anzuschauen. Das ist das. Ja, ja genau, genau. Das ist das. 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 Und das ist das. Ja. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018